Speziell Mittwoch auf Nacht kommen sie auch, trainieren sie und bereiten sich schon vor auf der Horn-Attacke. Da hucken sie alle zusammen. Es wird ein bisschen geredet über Skier, über die Schuhe, über die Zeiten nicht so gerne. Daher wird alles geheim gehalten. Jeder hat gerne Informationen von Nächsten ein bisschen, wenn es geht. Aber die Horn-Attacke ist das Thema, was eigentlich den ganzen Winter durchzieht. Nach dem Rennen geht es los mit der Party. Es ist eine Pasta-Party für die Athleten. Sie kriegen eine Pasta und feiern ein bisschen und danach geht es weiter mit der Preisverteilung. Dann ist der DJ Eulen da, wird aufgekommen. Die Party ist ein bisschen fett und das gehört dazu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017